Was ist das? Ist doch schön, dass die christliche Nächstenliebe wieder an jeder Ecke gebraucht wird, oder? Du kleiner Bastard. Die klauen alles aus der Schule, was nicht nid- und bagelfest ist. Geht ihr lieber nach Hause und kocht was für eure Männer, falls ihr welche habt. Ich habe nun wirklich nichts gegen Ausländer, aber wenn die hier leben wollen, dann müssen die sich auch an unsere Gesetze halten. Pass besser auf, mit wem du mich hier anlegst, oder ich knöpfe mir deine Opfer einzeln vor, Walla. Die Hälfte von denen sind mindestens ein Kopf größer als du, die zittern bestimmt vor Angst, Walla. Meine Jungen singen auf internationalen Veranstaltungen, in ein paar Wochen sogar in Ungarn. Ungarn? Ich will mitmachen. Sie lassen ihn mitsingen. Wie bitte? Herrschaften, wir haben ein neues Mitglied. Vorläufig. Ihr braucht euch den Namen nicht zu merken, er wird nicht lange bleiben. Ewig warte, hältst du mich. Deine Liebe endet nicht. Schultern runter. Ich hole dich da raus. Ich hole dich da raus. Ich hole dich da raus. Untertitelung des ZDF, 2020